So Leute, äh, sprechen wir mal mit dem Typen da. Hehehe, diese Pokémon Arena ist toll. Sie ist nur für Mädchen. Ah, scheiß Spanner. Okay, äh, was steht denn hier auf dem Schild? Pokémon Arena von Prismania City. Leitung, Erika, die Prinzessin mit Herz für die Natur. Oh mein Gott. Okay, werfen wir mal einen Blick in die Arena. Aha, okay, die sieht aus wie die in der ersten Generation ungefähr, würde ich behaupten. Ich zeige dir Pokémon Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Okay, dann möchte ich die meines sehen. Wahrscheinlich so super Ultra-Tem Attacken. Leia und Ida. Oh, Sazenia. Die Entwicklung aus Ultra-Garia. Und unser Team-Pokémon, eben Team Rocket Let's Play. Hm, ich würde sagen, Hyperstrahl. Zieht wahrscheinlich nicht so viel ab. Ja, okay, es hat doch viel abgezogen, aber es hat nicht zum One-Hit-Kill gereicht. Hm, woran möge es das zu liegen? Also sicher nicht an der geringen Spitzabteilung, äh, Angriff. Der ist nämlich perfekt. Zu niedrig. Okay, äh, warum setzen wir eigentlich nicht Zyokineser? Ich meine, der Tag ist sehr effektiv. Ich glaube, da hätten wir das Zyokineser vorhin zuerst eingesetzt. Äh, hätten wir das Sazenia schneller killen können. Aber naja, ist auch egal. Ich glaube, jetzt kommt Giflor. Jawohl, die Pokémon sind ja, sie werden ja beide immer zusammengenommen, die Pokémon. Sazenia und Giflor. Weil die, die sich beide, äh, weil das beide Entwicklungen mit einem Blattstein sind. In der ersten Generation. Giflor, unser Team-Pokémon im... Oh Gott, im Rocket... Nee, im Rot-Speed-Let's-Play. Das riecht aber gut hier, nicht wahr, Nachthara? Und tschüss, Giflor. Gut, und jetzt hätten wir auch die zwei Zwillinge besiegt. Oh, wir haben verloren. Ja, so schnell kann's gehen, was? Gut, hier sind zwei Trainerinnen. Wir können so auf diese Art, äh, ja, wenn wir... Wenn wir jetzt hier geradeaus laufen, müssen wir sofort gegen die hintereinander antreten. Aber wir können die auch einzeln ansprechen und einzeln gegen die kämpfen. Aber ich will vor, zuerst lieber, wenn wir sowas machen. Denn das geht schneller. Glaubst du, dass eine Pokémon-Arena nur mit Mädchen selten ist? Ja, zumindest, ja. Also, in Kanto ist es, glaube ich, die einzige Arena nur mit Mädchen. Würde ich glauben, ich bin mir nicht sicher. Aber wahrscheinlich, ja. Ein Hobel-Pfurz. Okay, was machen wir denn mit Hobel-Pfurz? Wir furzen jetzt ein Zwischen... Nein, äh. Ähm, machen wir's mal ganz harmlos wieder. Hyper-Strahl! Komm, Bolzat. Oh mein Gott. Du senkst meine Initiative, oder? Ja. Aber Hobel-Pfurz ist eh schon schneller als ich. Mensch, Hyper-Strahl. Das musst du aber auch mal treffen. Triff! Ja, los! Ich glaube, das wird ein One-Kill, weil Hobel-Pfurz hat nicht so ein hohes Level. Ja, genau. So, jetzt müssen wir Nachtara austauschen, weil Nachtara paralysiert ist. Und weil Nachtara eine Statusveränderung hat. Das ist nicht gut. Ich wechsle jetzt mal zu X-Buds. Hotsch-Pfurz! Ein Flug-Pflanzen-Pokémon. Wird so Papunga. Ich glaube, dieses Pokémon kommt dann auch als letztes. Egelsamen. Oh man, Entschuldigung. Das wird ein One-Kill. Das kann ich sicher sagen. Jawohl. Gut, und jetzt kommt, glaube ich, Papunga. Die Entwicklung aus Hobel-Pfurz. Und die zweite Entwicklung von Hobbspross. Ich glaube, dieses Pokémon hatte ich auch mal als Team-Pokémon. Damals habe ich dem, mein Papunga, Solarstrahl und Sonnentag beigebracht. In Kombination mit Schlafbruder. Das war auch richtig übel, weil Papunga hat eine hohe Initiative. Wenn der Schlafbruder zuerst ganz trifft, dann kann man ganz bequem Sonnentag einsetzen und auch Solarstrahl. Das ist eine super Taktik. Ach nee. Ja doch, das ist echt eine gute Taktik. Sollst du mal darüber nachdenken? Hä? Du willst nicht kämpfen. Na gut, dann laufen wir zu dir hin. Oh, ein Kampf. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber von mir aus. Okay. Ich mache es auch ganz schnell. Nimm da Maus und keine Angst haben. Du hast eh nur ein Pokémon. Das geht ratzfatz. Oh, Kokowai. Kokowai. 37, okay. Gut. Bei Kokowai müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn Kokowai kann eventuell Hypnose. Ähm, daher... Ja, nehme ich mal Tonopto einfach mal und... Ich habe... Daher versprochen, ich mache es schnell. Also Tonopto. Mach es schnell, bitte. Oh, Eierbombe. Oh mein Gott. Ich glaube, diese Attacke kann nur... Kokowai und Schanera. Kann es sein? Egal. Also machen wir es schnell. Flammenrad. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er überlebt den Flammenrad. Aber ich glaube es ja nicht. Aber ich glaube es irgendwie doch. Na, okay. Ich hatte Unrecht. Gut, Nicole hätten wir ratzfatz besiegt. Ach, das war es? Ja, das war es. Und hier ist sie auch schon. Nur noch eine Trainerin steht vor ihr. Hast du die Blumen betrachtet oder mich? Was glaubst du denn? Selbstverständlich. Die Blumen. Corinna. So, jetzt glaube ich die Freundin von Michael Schumacher. Keine Ahnung, woher ich das weiß. War früher ein Schumacher-Fan. Deswegen. Gut, hier wechsle ich zu... Nicole. Nicole? Ich wechsle zu Nicole. Was sehe ich hier für ein Scheiß? Ich wechsle zu Nicole. Genau. Ich wechsle zu Nicole. Also Nicole. Irgendwie ich auf Nicole komme. Also Nicole, benutzt Fliegen. Und jetzt ein Angriff. Ich sagte einfach Nicole, unglaublich. Obwohl es gar keinen Sinn macht. Das ist so, als würde ich, äh, 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 Bratpfanne sagen. Obwohl es gar keine Bedeutung hat hier im Let's Play. Alles gut, ähm. Hm, Flügelschlag. Und die Vorentwicklung von Coco, weil hätten wir auch besiegt. X-Buds, a.k.a. Nicole, kurz vor dem Level ab. Und jetzt kommt Parasek. Die Entwicklung aus Paras, kommen Sie sich hier auch denken. So, Parasek hat eine Vierfachschwäche gegen Flugattacken. Da reicht ein ganz normaler Flügelschlag auch aus. Der Parasek ist vom Typ her Käfer und Pflanze. Und beide Typen sind schwach gegen Flugattacken. Daher Vierfach stark. So, Nicole erreicht Level 44. Wie ärgerlich. Ach ja, und grüßt Nicole von mir, ne? So, hier ist Erika. Äh, äh, äh. Zweiter Versuch. Glutz. Ähem, ähem. Langweil mich nicht mit deiner Umklammerung. Das ist die schwächste Angriffsattacke ever. Ich sagte, schwächste Angriffsattacke ever. Hallo. So, und am Level Level 34 für Glutexor. Jetzt kommt das, was uns am meisten Schaden zugefügt hat im ersten Kampf. Ja, diesmal zieht die Säure nicht so viel ab. Vielleicht zieht Säure mehr ab, wenn der Gegner vergiftet ist. Kann das vielleicht sein. Weil unser Glutexor war vorhin vergiftet. Hätt's sein können, dass es mehr abgezogen hätte. Oder sogar hat. Muss ich nachschauen im Wiki. Okay, okay, jetzt kommt nochmal ihr Doofler. So, jetzt schaffen wir es beim ersten, äh, ohne zu wechseln. Alter Schwede. Was war an der Freund dann los? Dann müsste doch, dann lag es doch an Säure und an der Vergiftung. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt den Farborden. Soll ich wieder den Fehler machen und meine Pokémon nicht heilen? Oder soll ich den Fehler, äh, 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 äh? Ah, komm, ich mach's wie damals, ich heim meine Pokémon nicht. Hallo, schönes Wetter. Nicht, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Yoto? Wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Nun gut, ich werde jedenfalls verlieren. Na, schön, dass du es zugibst. Also Erika. Hier ist das Pokémon. Tangela hat sie auch damals eingesetzt, glaube ich. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr, aber ich schätze ja. Der wird 42. Ich glaube, ich sollte ein bisschen vorsichtig bei Erika aufpassen. Vorsichtig aufpassen. Sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht, aber egal. Ist immer wieder mein eigenes Deutsch. Vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Ich sollte vorsichtig sein. Hände, Güte. Du wirst ja, es ist so, wenn ich kommentiere, dann versuche ich immer, meine Sätze zu verbessern, die ich aussprechen möchte. Dann denke ich mir immer, das kannst du vielleicht anders sagen und so, dann klingt es besser. Und dann hört sich das scheiße an und dann stotter ich. Immer wenn ich stottere, dann denke ich an sowas. So jetzt gerade eben. Oh Mann, jetzt kommt das, was ich befürchtet hatte. Schlaf, Bruder. Ah, schade, dass wir keine Puckelflöte haben. Kigasau oder was? Die Attacke wird irgendwie zu häufig überschätzt. Die gar nicht so gut ist. Alles gut, was machen wir da? Ich schaue mal nach, ob wir einen Aufwecker haben. Was habe ich getan? Äh, okay. Ähm. Scheiße. Los, X-Bud. Wach auf. Nein. Na egal, die Attacke zieht die nicht ab. Nichts ab, meine ich. Nur ein paar KP. X-Bud. Du wachst es jetzt auf, ja? Ansonsten müssen wir über deine Versicherung reden. Über deine Unfallversicherung. Weil du, äh, wenn es so weitergeht, hast du noch einen Unfall. Unfall. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Oh Gott. Was will ich dir für den Müll? Ich habe gerade gepennt mal wieder. Ich sollte, äh, warte. Ich habe vergessen. Ich sollte nicht aufnehmen, nachdem ich gepennt habe. Ich habe gerade ein Niegelchen gemacht, deswegen. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, ja, konfunt, sage ich mal. Naja. Aber dann muss ich jetzt auch durch. Okay, Bluebella, die Entwicklung, äh, aus Dufler, wenn man in einen Sonnensteigen gibt. Ähm, da setze ich Fliegen ein. Bei Bluebella ist mir ein bisschen unheimlich. Sonnentag. Ich wende, die probiert eine Kombination mit Solarstrahl. So, und ich glaube, die nächste Attacke ist Solarstrahl. Na, das hätte man sich auch dazu denken können. Habe ich auch. Okay, ähm. Aber schnell, Flügelschlag. Äh, Hypertrank. Hoffentlich zieht der Flügelschlag mehr als die Hälfte ab. Dann müssen wir die Attacke einfach nochmal einsetzen. Und dann hat die ihren Hypertrank quasi verschwendet. Hä? Kann es sein, dass Flügelschlag so viel abzieht wie Fliegen? Aber Fliegen ist doch stärker, oder? Egal. Bluebella ist tot. Das ist das, was es zählt. So. Dann ihr drittes Pokémon. Scheiße, ich hab's nicht gesehen, was da kommt. Papunga. Oh, die hat auch ein paar Papunga. Okay. Gut, dann ein Flügelschlag. Ja. Ja, One-Nit-Kill. Sehr gut, X-Bud. Aber Papunga spielt ja auch eher auf Initiative. Aber unser X-Bud hat anscheinend eine höhere Initiative, weißt ihr Papunga. So. Und jetzt kommt ihr letztes. Sazenia. Gut, Sazenia ist ein größerer Gegner, daher benutze ich mein Fliegen. Was zum Säure? Sicher. Ich mein, Säure ist nicht besonders stark, aber wirklich Säure? Naja. Egal, du bist tot. Und der 45 BX-Bud. Oh, ich gebe mich geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Uh, 9000 Kohle. Nicht schlecht. Damit haben wir die, äh, den, äh, ja, das, äh, wieder eingebracht, was wir in der Spielhalle ausgegeben haben. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornt mich neuen Taten an. Bitte nimm diese TM an. Es ist Gigasauger. Das ist eine schöne Attacke. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung deines Pokemons verwendet. Verwende sie, wann immer du möchtest. Okay, und die Attacke steht auch in meinem Moveset drin. Sie soll nämlich X-Bud erlernen. Eine Niederlage ist nicht sehr angenehm. Aber es ist ein Ansporn, sich mehr anzuspringen, wenn man weiß, dass es starke Trainer gibt. Gut, und was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt unser Pokémon X-Bud den Gigasauger beibringen. So, Gigasauger, und zwar, ja, X-Bud. Apollo kann auch Gigasauger, ja, kann ich mir vorstellen. Und auch Knofensa. Oh Gott. Stell dir das mal vor. Eklig. Okay, X-Bud. Blablabla. Welcher Satz? Okay, es soll vergessen werden. Ähm, ich nehm mal... Konfuscha raus. So, damit kann auch X-Bud jetzt ja gegen Gesteins- und Boden-Pokémon kämpfen. Daher habe ich ihm jetzt ja Gigasauger beigebracht. So, und damit hätten wir Ducate City abgeschlossen. Nehmen wir mal unser X-Bud und fliegen nach, ähm... Safrone City. So, jetzt müssen wir entscheiden. Gehen wir nach Norden in Richtung Azubia City? Oder gehen wir nach Westen? Äh, nach Osten, verdammt. Äh, in Richtung Lavandier. Ich würde vorschlagen, wie gehen wir nach... Westen? Ne, scheiße, nach Osten, was ist los? Oh Gott. Ha, ich weiß, ich hätte nicht schlafen sollen vor der Aufnahme. Ich bin halt so ein Relaxo, wisst ihr. An alle, die mich, äh, noch nicht kennen vom Äußeren. Ich sehe aus wie ein Relaxo, ein fettes Relaxo und, äh, ja, fresse jeden Tag 20 Double Steakhouse beim Burger King. So, und das ist das. Ist hier jetzt der Freibad oder was? Ne, es ist verriegelt. Ah ja, und hier sind drei Radfahrer. Aber was ist das für ein Schild? Das Flugbad ist zerrissen. Das ist nicht mehr lesbar. Boah. Vandalen, wart ihr das? Sprechen wir die mal darauf an. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Trainer-Gilde von Kanto. Sind wir hier bei, äh, Guild Wars oder was? Oder bei World of Warcraft? Oder bei Skyrim, wo man sich Gilden anschließen kann? Bei World of Warcraft bin ich mir nicht sicher, aber ich schätze ja. Ich habe noch nie World of Warcraft gespielt. Ähm, okay, Smorgon, da setze ich mal Alpollo ein. Genau, ich nehme mal Alpollo. Oh, gut, dass wir Alpollo eingesetzt haben. Das erleichtert unseren Job, wenn er Finale einsetzt. Gut, hast du noch irgendwelche Smorgons? Ja, klar. Der hat lauter Pokémon, die selbstmordbegehen wollen. Da er den Totenkopf auf ihrer Brust, wenn man das Brust nennen kann. Oder auf ihrem Körper drauf, egal. Okay, äh, Hypnose. Und jetzt, äh? Verpass ihn, Alpträume, Alpollo. Sodass er nicht mehr aufwacht. Okay, gute Arbeit, Alpollo. So, nächstes Pokémon. Ein weiteres Smogon. Oh, Mann. Gegen wie viele Smogons haben wir in diesem Let's Play schon gekämpft. Allein gegen Team Rocket. Waren das schon sehr viele. Und Smogon benutzt Smog. Das ist ja mal eine Überraschung. Oh, mein Gott. Ein Volltreffer. Statt 1 KP, zieht die Attacke 2 KP ab. Ich bin begeistert. Okay, jetzt nochmal Hypnose. Komm. Warum triffst du jetzt nicht, Alpollo? Hör auf zu streiken, Mensch. Wir sind hier nicht bei der Bahn. Oder bei der Bahn, whatever. Hör auf zu streiken, Alpollo. Du triffst jetzt besser, ja? Arbeitsverwaltung nimmt man sowas. Alpollo, ich mein's ernst. Du solltest jetzt besser treffen. Ansonsten bin ich wütend auf dich. Soll ich einen X-Treff einsetzen? Vielleicht ist das vielleicht dein Job, oder was? Komm, ich setze jetzt keinen X-Treff ein. Wir sind nur ein paar Smogons. Das schaffst du doch schon. Also, war doch jetzt nicht zu schwer. Und jetzt mach deine Lieblingsbeschäftigung. Raube seinen Traum und verpass sie in allem Träume. Und tschüss, Smoggy Smogon. Okay. Und noch ein Smogon. Oh, Mann. Oh, ist das Level 30? Oh, ich hab solche Angst. Gegen dieses Smogon, äh, gegen diesen Trainer sogar, hätten wir vor 20 Parts auch abgetreten können. Okay, Raumfresser. Und diesen Biker hätten wir ja nichts. Und ich hoffe übrigens, dass der Sound synchron ist. Ich hab gestern, äh... Ja, ich hab gestern allen möglichen Scheiß gemacht in meinem Emulator, was ist... Ja, damit ich irgendwie, äh, eine Unsynchronität auslösen wollte. Ach, egal. Jetzt rede ich hier wieder wie ein Wissenschaftler. Also, ich wollte gestern halt testen, ob das wieder unsynchron läuft, wenn ich all mögliche Sachen mache. Es war später nicht unsynchron, aber ich glaube, jetzt wird es unsynchron. Jetzt, wo ich keine Scheiße mache mit dem Emulator. Oh, verdammt, jetzt hab ich nicht gelesen, was er gesagt hat. Naja, egal. Oh, nein, Pokémon. Sehr sozial von dir. Das erleichtert meinen Job. Oh, nur Level 34. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Wir wollen das denn killen. Ich würde sagen, Hyperstrahl. So, es überlebt. Was, es überlebt nicht? Oha. Gute Arbeit nach Tara. Und das Tor hätten wir besiegt. Vergeben mir. Eigentlich wäre es klug gewesen, wenn wir unser Evoli nicht entwickelt hätten. Weil, äh, jetzt, wo es ja ein Unlicht-Pokémon ist, ähm, hat es ja keine Step-Attacken mehr. Wir sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Nimm dich in der Acht. Also, ich glaube, wir hätten unser Evoli nicht zu Nachthara entwickelt sollen. Ja, dann wären unsere Attacken jetzt noch stärker gewesen. Aber naja, jetzt haben wir halt Nachthara ohne Unlicht-Attacken. Oh, Mann. Dafür kannst du Psychokinese. Aber ich glaube, Evoli kann auch Psychokinese. Egal. Und tschüss, Morgon. Oh, Mann. Lauter Smorgons. Oh, komm, oh, no. Das gibt's doch nicht. Ich hasse euch. Und tschüss. Team Pokémon von Team Rocket, let's play. Okay. Aegidius hätten wir auch erledigt. Oh, entschuldige. Alles klar, die drei Trotteln mit ihren Smorgons hätten wir geschlagen. Gehen wir mal in Richtung Lavendier. Hier ist einer. Wie funktioniert der Magnetzug? Ich würde sagen, mit Magneten. Oh, Mann. Okay, scheiß Streber. Sogar Streber ist der. Das hätte er sich doch selbst zusammenreinen können. Eins, drei Mal. Schon wieder ein Gift-Pokémon. Psychokinese und der Sack. Sack? Der Saft ist gegessen. Sagt man das so? Nee. Sagt man doch anders, oder? Die Sache ist gegessen. Ach, komm. Ja, sorry, falls ich hier jetzt auch so viel Scheiß drin in dem Part. Aber ich habe gerade gepennt, wie ich schon zum hundertsten Mal sage. Und bin noch ein bisschen, ja, neben der Spur. Ich glaube, es ist ein Leimock überlebte Attacke. Jawohl. Ich sage jetzt nicht, dass ein Leimock eine hohe Kaffeeanzahl hat und es deswegen die Attacke überlebt hat, weil ich sie schon zum hundertsten Mal dann sagen würde. Und Slimeock hätten wir erledigt. Und nach Taka, der wird jetzt ganz schön. Ich möchte nur den Magnetzug sehen. Gehst du am besten aus der Funde in City in die Richtung. So. Vielleicht haben wir Lavandier erreicht. Ich glaube, das hier ist der letzte Trainer. Jawohl, das müsste der letzte auf der Rote sein. Hm, du hast viele Orden. Elf Stück, genau gesagt. Christian, hallo, das ist Streber Christian. Ein Magnetilo. Entschuldigung. Ähm. Moment. Na, komm, haben wir es schnell. Ich glaube, der hat mehrere Magnetilo oder Magnetons. Da nehme ich es von Nutto. Scheiße, 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 weißt was, Erdbeben. Das halte ich von dein, äh, deiner Donnerwelle. Nein. Nein. So was hasse ich wie die Pest, Verwirrung und Paralyse. Schlimmer geht's kaum. Boah, irgendwie trifft jetzt diese Erdbeben. Das ist gut. Übrigens, dein Magnetilo hätte schon längst ein Magneton sein können. Wenn du nicht so dumm wärst und es nicht entwickelt hättest. Nicht mich entwickelt hättest, meine Güte, was ist mit mir los? Ich weiß, ich bin grad so, äh, komisch drauf. Ich werde so, fühlt sich ein Bekifter. Ey, Leute, ich habe gerade gekifft, ist das nicht toll? Oh, Mann. Okay, äh, jetzt kommt wahrscheinlich ein Magneton. Nur Magnetilos, oh komm schon. Spiel. Das ist zu leicht. Ich fühle mich entehrt, als gegen solche gesparen Pokéon zu kämpfen. Nein. Nein. Erdbeben. Triff, trifft, 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 trifft. Ja, gut. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ich dachte, du bist stark. Ja, ich habe ja auch elf Orden. So, hier ist ein Bärenbusch mit einer Antipa-Beere. Den hätten wir schon vor dem Kampf gebraucht, aber egal. So, und jetzt haben wir Lavandier erreicht. Übrigens, die Musik ist super. Eine der besten Musik, Musik, eine der besten Musiktitel oder Musiksoundtracks, die es gibt. Diese Musik, die gefällt mir so sehr. Viel besser als im alten Spiel. Lavandier hat jetzt ne fröhliche Musik. Damals war noch alles unheimlich mit dieser grässlichen, hässlichen Musik. Musik, aber nun ist alles fröhlich mit der neuen Musik. Ja, ja. Okay. Gut, gehen wir ins Pokémon Center. So, und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns Lavandier an und, ja, dann, äh, schauen wir uns auch im nächsten Part noch den Fels-Tunnel an. Werde ich heute auch noch hochladen. Ähm, ich hoffe bis dahin, dass der Part nicht unsynchron ist und dass ich, ähm, langsam wieder bald zu Sinnen komme. Okay, dann, äh, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Ciao, Leute.